Willkommen zurück bei Before the Storm. Wir sind immer noch im Krankenhaus und ja, müssen gleich zu Rachel, wurde gerade... Ganz genau, ganz genau. Sie wurde angegriffen mit dem Messer, hat es überstanden, alles ist gut gelaufen wohl und Mikey ist auch noch hier und den werden wir jetzt zuerst besuchen, weil wir noch nicht zu Rachel können, also schauen wir mal, wie es ihm geht. Ach ja, und ich hatte noch eine Nachricht, Moment, 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 von Steph. Bist du noch hier? Wir sind im Zimmer 785, falls du es vergessen hast, cool. Ne, das habe ich nicht vergessen, ich habe ja gesehen, wie du da reingegangen bist. Kann ich in jedes Zimmer? Nein, kann ich nicht. Okay, das ist der Gute, der den Job verloren hat, durch die Prescott. Wenn ich jetzt, äh, nicht ganz falsch liege, doch, das müsste er doch sein. Hallo, Sir. Hallo, Sir. Mr. North? Das ist mich. Und du bist? Ich bin Chloe. Hier, um Mikey zu sehen? Ja. Äh, Netz, sie kennenzulernen. Wow. Ah, kein Problem. Okay, das Schild. Ja. Und rein. Ne, ey. Was ist denn? Chloe will da, glaube ich, gar nicht rein. Okay. 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 Chloe. Hey, hey, you made it. Hey, Chloe. Wie geht's denn, Mom? Hey. How's the arm, Mikey? I wish it was the other one, so I could draw and stuff, but other than that, it's just broken. Sweet hair, by the way. Thank you. Thank you. Thanks. Any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. How she could hurt. You'll think I'm joking, when I tell you, but I'm not. Why? What happened? Rachel was stabbed in the arm. Like, Damon, fucking Merrick. Yeah. Ja, klar, er kennt ihn ja auch. Shit. You're serious? Fuck that guy. It wasn't because of me. Was it? Nein, 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 wir haben ja eigene Probleme mit ihm. Oh, nein. Wir haben unsere eigene Probleme mit ihm. Das ist verrückt. Das Ganze macht mich einfach nur... Ich versuche, wenn ich diesen Sch***hörer meete, werde ich... Was? Was wird das tun, wenn du Damon da meetest? Oh, nein. Something terrible. Uh-huh. I am. Like... Like... Uh-huh. Nee. Challenge him to a karaoke battle. Yeah. That's how we settle things on the street, huh? Okay. Throw dice at him. Criticize his taste in film. Okay. Tell him about a band he's probably never heard of, but should have. Oh, sie hat die Kontrolle. Vielleicht mache ich das. Ja, wir bleiben erstmal hier, ganz entspannt. Was ist das? Ja, mach das doch mal weg. Ach man. Oh, Hausaufgaben. Ganz schnell weg, ganz schnell weg. Michael, ich möchte mein tiefstes Beileid für ihre Verletzung ausdrücken. Ich strebe danach, Blackwell zu einer sicheren Umgebung zu machen, die alle Schüler willkommen heißt. Jetzt erkenne ich, dass ich in diesem Bestreben in vielerlei Hinsicht versagt habe. Ich möchte, dass sie wissen, dass die Schüler und die Fakultät von Blackwell auf ihre baldige Genesung hoffen. Blackwell ist sich ihrer Abwesenheit schmerzlich bewusst. Ich habe sichergestellt, dass ihre Lehrer bereit sind, all ihre akademischen Bedürfnisse zu erfüllen. Aufgrund der Tatsache, dass sie auf dem Blackwell-Gelände verletzt wurden, kann ich nicht anders, als mich verantwortlich zu fühlen. Ich suche bereits nach neuen Sicherheitspersonalen. Oh, da wissen wir auch schon wahrscheinlich, wer da kommen wird. Nämlich, das wird nämlich der gute David sein. Falls es irgendetwas gibt, das ich tun kann, damit sie sich nach ihrer Rückkehr sicher fühlen, zögern sie bitte nicht, mir dies mitzuteilen. Freundlichen Grüßen, Wales. Ich würde mich sehr sicher fühlen, wenn ich überall Einsen habe. Also, ob er die bitte akzeptieren wird. Michael ist entering into a cartoon contest. I hope he wins. Michael, Erfolg. Ich konnte eine Verlängerung aufgrund eines medizinischen Vorfalls für deinen Eintrag in den Cascade-Head-Cartoon-Wettbewerb rausschlagen. Ich denke, dein Superhelden-Design ist der perfekte Sprecher für die Erhaltung der Meere. Auf eine schnelle Genesung, Mrs. Kau. Was haben wir denn hier noch? Was machst du da? Ah ja. Okay. Sonst gibt es ja echt gar nichts. Können wir nicht unterschreiben? Ich würde gerne unterschreiben. Den Teddybären. Moment. Jo. Hat er jetzt gerade? Ach so, mit beiden spricht. Dann okay, machen wir mal. Ach so, soll ich schon gehen oder wie? Okay, Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. Gibt es unterschreiben. Können wir doch. Du nicht. Ja, definitiv. Hm. Hm, 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 hm. Wenn ich wüsste, was sie jetzt genau malt. Mal mal eine Rüstung. There you go. Cool. Hat das als Dings gezählt? Jo, das hat als Graffiti gezählt. Ja, cool. Nice. Leute, wir sehen uns, ne? Haltet die Ohren steif, ne? Und toi, toi, toi. Es ist okay. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ich bin. Ja, ich bin. this shit into his life i think you saved us from something so much worse thank you yeah sure thanks for stopping by bye chloe james amber chloe james amber hier rachel ist gerade aufgewacht sie würde dich bestimmt gern sehen das ist ja schon mal erfreulich dass sie aufgewacht ist und alles gut scheint ich frage mich jetzt gerade nur 3 hier noch zwei stück das heißt schreibtisch des staatsanwaltes das heißt wir werden wieder zurück zu m-bank unbeachtete warnung da weiß ich nicht das heißt wir haben höchstens noch zwei stationen da kann ja nicht mehr so viele infos kommen so ich finde weiß ich nicht da 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 müsste doch eigentlich noch mehr kommen ich war echt gespannt ob da jetzt noch irgendwie großartig was kommt hat er gesagt dass das aus ist und das ist doch schon mal eine gute neuigkeit das ist doch schon mal echt super feuer ist aus das ist rose okay das ist raches zimmer okay sprechen natürlich erst mal mit rose aber ich wollte mal gucken was ist hier noch im no visitors es ist doch mal samantha ah ok ich weiß schon wer das ist diese die schüchterin müsste das sein ich kann mal nicht sehen haben sich die tür zugemacht was holy shit ist sehr schnell das ist auch so eine sache so da hätte ich mir schon gewünscht dass man so ein bisschen mehr infos irgendwie bekommt von nason wie das mit nason so passiert ist klar dass hier der fokus darauf liegt wie es zwischen rachel und 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 chloe sich entwickelt das ist doch ein bisschen bisschen dünn ja das machen ja nein nein alles gut wöchle schluck wöchle schluck Ich auch nicht. Okay. Ich auch nicht. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich bin froh, Rachel. Ich bin froh, Rachel. Ich bin froh, Rachel. Ich bin froh, Rachel. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. 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 Und du hast mein Leben saved. Du hast mein Leben saved. Ich bin froh. 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 works column. Sarah... und Mom. Ich bin froh. Es ist dran was. Ich bin froh. Ansonsten. Aber ich denke, musst du ihn seinfleíveis. Bist du sicher? Ja, bist du sicher? Sie könnte komplett anders sein, als du dir dachtest. Ich bin sicher. Ich weiß nicht, ob sie noch in der Arcadia Bay ist. Ich weiß nicht, ob sie ist. Will du findest du, bitte? Du wirklich willst du, nicht du? Du, ich glaube, Chloe. Du wirklich bist. Dann, natürlich. Of course. Whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code is 0722. To your... your dad's office? 0722. 0722. Yeah. For birthday. I'll find her, Rachel. And then I'll... I'll tell her how suck and cool you are. Thank you, Chloe. For... everything. Ruhe in Frieden. I'll see you next time. 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 Hey, Elliot. Hey! Wait. Your hair is... different. Wie läuft es bei dir? Nein, wir entschuldigen uns. Haben wir ja eigentlich gesehen. Nein, das ist kein Problem. So, was ist mit dir? Ich weiß nicht, wo zu starten. Jetzt bin ich hier für Rachel. Was? Rachel ist hier? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was Attack auf dich ist. Ich habe dich vom Mektor an den Tag erwartet. Ich weiß nicht, was ich fertig bin. Ich weiß nicht, was ich nicht meinst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht! Musik Musik Musik